Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich werde euch jetzt nochmal eine Flechtfrisur zeigen mit dem MyModel Frisierkopf und zwar diesmal die Wasserfallflechtechnik. Die sieht so aus und ich zeige euch jetzt mal auf der anderen Seite des Kopfes, also auf dieser Seite, wie ich das gemacht habe. Als erstes kämmen wir die Haare einmal durch. Dann teilen wir uns eine Haarsträhne ab, am besten vom unteren Haar, teilen die Strähne in zwei gleich dicke Strähnen wiederum auf, drehen die einmal und legen dann eine Strähne von dem Deckhaar dazwischen und drehen die Strähne wieder oder überschlagen diese, dann nehmen wir wieder eine Strähne von oben, legen diese wieder dazwischen, dann überschlagen wir die Strähnen wieder oder überkreuzen, nehmen wieder eine Strähne von oben, legen diese dann wieder dazwischen, und überschlagen die beiden Ursprungssträhnen dann wieder. Nochmal eine Strähne von oben, die legen wir wieder dazwischen und überschlagen die beiden Strähnen. Dann nehmen wir wieder eine Strähne, legen diese wieder dazwischen unsere beiden Strähnen und überkreuzen die Strähnen wieder. Das geht jetzt immer so weiter, bis sozusagen der Zopf zu Ende geflochten ist, das heißt, wir nehmen wieder eine Strähne von oben, legen diese wieder dazwischen unsere beiden Strähnen und überkreuzen die Strähnen. Dann nehmen wir wieder eine Strähne von oben, legen diese wieder dazwischen und überkreuzen die Strähnen wieder. Hier sieht man dann die einzelnen Strähnen, wie sie runterfallen, deswegen heißt die Frisur auch Wasserfall. Und das kann man dann sozusagen mit den Haaren des gesamten Deckkopfes machen, wenn man dann eine Strähne hat, die lang genug ist. Ich glaube, meine wird es nicht sein. Die neigt sich jetzt schon langsam dem Ende zu. Ich hoffe, ihr konntet das Prinzip verstehen. Man hat sozusagen zwei Strähnen, die überschlägt man dann oder überkreuzt man, nimmt dann von oben eine Strähne und überkreuzt das dann wieder. Ich werde das jetzt nochmal ein paar Mal exemplarisch machen. Hier nochmal alles schön festziehen. Also von oben eine Strähne nehmen, die legt man dann zwischen die beiden. Dann überkreuzt man die Strähnen. Die Strähne von oben zieht man dann sozusagen hier straff. Und dann holt man noch eine Strähne von oben, legt diese wieder dazwischen und überkreuzt dann die Haare wieder. So, und dann zieht man wieder die Strähne von oben straff, holt sich eine neue, legt diese wieder dazwischen die beiden Strähnen, überkreuzt die beiden Strähnen und zieht diese lange Strähne von oben dann wieder durch. Ich glaube, einmal können wir es noch machen. Also, eine Strähne von oben holen, zwischen die beiden legen und dann die Haarsträhne überkreuzen. So. Das ist jetzt unsere Wasserfallflechtfrisur. Hier hinten kann man dann noch so einen Clip reinmachen, wenn die Strähne zu Ende geht, damit sich das Ganze nicht wieder öffnet. Und fertig ist unsere Wasserfallflechtfrisur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Frisurenanregungen habt, lasst es mich wissen. Wenn ihr noch weitere Frisurenanregungen habt, lasst es mich wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme. Gebt mir doch einen Daumen hoch für das Video, liked es und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.